Ach hier, guck mal! Fiep! Komm, hol dir den scheiß Hebel! Verfluchte Kante! Okay, ich muss irgendwie wieder zurückfinden Also nicht finden, aber irgendwie heil wieder zurückkommen Der Arsch ist da doch eh Äh... Du hast Beinschmerzen, ne? Das seh ich! Dann lass das Essen einfach mal sein Dann hast du auch nicht so viel Belastung! Wenn du weniger wiegst, oh mein Gott, okay Jetzt muss ich nach da quer hinten, ne? Aber das ist, glaub ich, sinnvoll Waren hier die andere... Scheiße Oh, du gehst mir auf den Sack, oder? Mit der unge Kreische Warum bist du denn immer die Ruhe selbst? Nicht, 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 nicht! Ich bin tot Ich kann da auch nichts gegen tun, ich konnte mich nicht retten Fick dich! Oh, wenn ich mein Maschinengewehr noch hab... Ey, ich hoffe mal, ich bin da jetzt hier in diesem... Ja, bin ich okay, alles klar Ich baller alles auf den Trailauf der kann mich mal so was von Übelst kreuzweise, ne? Du... kleines Arschlauch! Komm her, komm her! Hallo vielleicht ist er doch einfach todleicht... weil er humpelt schon Nicht weglaufen! Ja, musst du. Dann mach auch. Komm bitte wieder. Stress mich nicht. So, okay. Wo ist er denn? Er geht einfach nicht kaputt. Er verbisst dich schon wieder. Das heißt, ich kann dich maximal verscheuchen, okay? Okay. Interessant zu wissen. Ich hau einfach. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Dam, dam, dam. Ich bin gegessen. Achso, das Ding ist einfach nicht in den Fall. Wie toll. So, und wo war das jetzt? Ähm. Nee. Ich hab grad doch ne Fledermaus. Ich wollte grad sagen, ich hab doch irgendwo ne Fledermaus gehört. Warte mal. Alter, ich seh hier nix, Mann. Sonne, hau mal ab. Echt. Geh mal aus der Sonne. So, wo war das denn jetzt hier? Oh, fuck. Da wahrscheinlich nicht? Nee, lass mich doch hin. Brennt das Ding dieses Wochenende? Was da hin? Oder war das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich da hinten irgendwo, ne? Okay. Also, was zu sehren wäre nicht vom Nachteil, auf jeden Fall. Okay, einfach mal. Oder! Ab hier rein. Mach's kaputt. Alter! Ich häng hier an der Wand fest. Oh, das ist sowas, sowas. Wie sehr ich sowas einfach liebe, ne? Oh, okay. Verpiss dich. So, okay. Hier bin ich erstmal wieder in Sicherheit. Aber ich seh leider nix mehr. Wo war das denn zum Teufel nochmal? Ich hab's ja von hier oben gesehen. Ich seh einfach nichts, ey. Och. Ich muss meine Augen grad so anstrengen, ne? Also, das Spiel ist nichts für den Sommer. Ich sag halt euch. Und ihr habt Außenrollos, dass ihr einfach alles komplett verdunkeln könnt. Ja, ist mir scheißegal. Komm. Verrecken ruhig. Ist kein Problem. Muss ja wieder hier zurück. Das glaub ich nicht, oder? Hab ich das so gemacht beim letzten Mal? Nö. Ich glaub ich hab jemanden, ich hab trotzdem jemanden getroffen, irgendwie. Ich bin grad ein bisschen aufgeschmissen. Ich find diese scheiß Drecks, Huren, Kack, Sträucher nicht mehr. Das kann doch nicht sein. Die hab ich doch von da aus gesehen, von dem da, wo ich auch Feuer her hatte. Oder nicht? Oder bin ich da erstmal ne Treppe hochgegangen? Ne, konnte ich ja erst, wenn. Ja, 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 ja. So, das guck ich erstmal. Da ist nichts. Da ist nichts. Das wäre schon ein Vorteil, wenn das Ding auch humpelt. Deswegen lass ich mal wieder ein bisschen humpeln. Ja, hau ab. Genau, verpiss dich. Dumps, dumps, dumps. Ach, komm. Was will ich hier überhaupt? Das ist eigentlich nur dafür da, um die Waffen zu holen, oder nicht? Ach, komm. Und. Fall doch mal hin! Er segelt. Er segelt. Okay, äh, ein Speer. Ja, das ist ja eh mit Essen. Ey, ich hab dir doch extra Essen dahin gelegt, Mensch. Also lass mich bitte in Ruhe. Nein, ich bin tot. Nein, doch, doch noch nicht. Okay. So, wo ist dieser scheiß Strauch? Den ich gerade abgefackelt hab. So. Wo ist dieser scheiß Strauch, hab ich gefragt. Ich mein, es kann sein, dass ihr ihn die ganze Zeit seht. Aber ich sag euch wirklich. Also, man sieht hier einfach so unfassbar wenig, ne? Das ist wahrscheinlich dieser Gamma-Wert, von dem schon mal die Rede war. Bei der Xbox 360-Person. Ich werfe einfach mal da hinten. Aber da ist er nicht. Wow. Wie spektakulär. Aber ich finde die zweite Treppe aber auch jetzt gerade einfach nicht. Das ist wahrscheinlich da hinten. Aber wie bin ich denn da hingekommen? Das habe ich nicht selten, dass mein erstes Mal einfach der Beste war. Oh mein Gott, okay. Wir laufen einfach mal. Hier ist er doch! Hä, warum hab ich den denn gerade nicht gesehen? Burn, motherfucker! Also doch da, wo das Feuer ist. Das heißt, ich hab den gerade von hier gesehen und jetzt einfach gerade nicht. Interessante Geschichte. Das war nicht für euch und auch nicht für... Okay, das wäre ein schlechtes Timing gewesen. Aber gut ab, genau. Dankeschön! Lauf, lauf. Nicht treffen lassen. Dankeschön! Okay, jetzt gibt's doch noch immer irgendwo so eine Federmost, die am Fressen ist. Ja, genau, du. Dich meinte ich! Ähm... Das Ding hab ich aber nicht dran. Das hab ich Fieb gemacht. Oh, fuck. Jetzt kommt der Fünf-Stück hier, oder was? Ähm... Klottet ihr mir hier gerade mal die Böhmchen weg? Okay. Spielst du mal als Aufhimmel-Arsch! Warum fuchsierst du denn nicht? Okay. Boah, Alter. Ohne Scheiß. Man kann das so wirklich kaum spielen, das Spiel. Das muss gar nichts machen. So. Meine Fresse, ey. Wat ne schwere Geburt. Okay. Ach, ich hab die... Spiel wahrscheinlich dahin gelockt, wo ich... Ja, wo ich den Arsch getötet hab. Richtig. Spielst du bitte einmal auf, danke. Und hier... Fressen für dich! Du hässiges, fettes Viech. Ja, jetzt will der da nicht runterfallen! Ich glaub's ja nicht. Gut, schon nachgeladen. Achso, der ist schon nachgeladen, okay. Und der Arsch will auch einfach nicht sprinten, ne? Der hat einfach die Ruhe selbst. Das ist unfassbar. Ja, toll. Und jetzt? Scheiße, okay. Ich muss irgendwie ablenken. Ich brauch... Ich kann nicht... was machen. Okay. Laufcheck! Komm! Wie dir spazieren geht, ne? Mit seinem Stückchen deiner Hand. So. Meine Fresse. War das überhaupt hier richtig? Ja, okay. Wenigstens etwas. Alter. Komm. Hau das Ding da jetzt rein. Meine Fresse. Okay. Also das Leben ist auf jeden Fall schon einiges länger. Da brauch ich schon ungefähr 15 Minuten für. Und das ist wahrscheinlich auch der Anfang. Ah, ich will einfach nur erst mal, dass die Sonne weggeht. Okay, dann haben wir hier nochmal ne leckere Waffenkiste. Nicht zu irgendwelchen Schafflüchsenkacke. Fünf. Wow. Und vier. Warum, warum? Ach, das ist die Shotgun. Ja, das ist die Shotgun. Gut. Ist der Vorteil nun auch vertan. Schön. Ich mag es wie, wie, wie barbarisch der einfach nur schlägt. Poff, poff, poff. Alter, okay, hier sehe ich gar nichts. Ohne Scheiß. Okay. Wollte schon sagen, wenn ich da weitergemusst hätte, ne. Jetzt sehe ich zumindest einen Lichtschein. Ich folge mal dem Licht. Meistens keine gute Idee. Okay. Oh, schon wieder ein freies Feld. Da kommt ja eh wieder ein T-Rex. Natürlich kommt ein T-Rex. Bin ich jetzt eigentlich schon auf diesem besagten Berg? Eine schöne Alteration. Zack. Okay, hätte ich doch nicht mal für die andere Scheiße entschieden. Da waren drei Packungen Munition drin. Ach du Scheiße. Okay. Ich gehe wieder. Äh. Äh. Ach, cool. Sogar leben da unten. Ach so, da muss ich vielleicht sogar hin. Da will ich aber nicht hin. Ich habe jetzt mal Schuttgart. Vier Reservepatronen. Vier Regiermarketing. Hallo. Bombs. Das tut weh, ne. Bombs. Und auch das tut weh. Oh no. Was höre ich denn da schon wieder schreien? Da habe ich doch jetzt keinen Bock mehr drauf. Aber das Schöne ist, das Level ist heller. So, jetzt habe ich hier irgendwie eine Granate oder so, um die Scheißfixer zu verscheuchen. Oder irgendwo ist hier so ein Würmchen? Oh nein. Wie viele? Ah, nur einer. Nicht schlecht, Junge. So. Gut, dann will ich mal gerade Munition sammeln, ein bisschen. Das ist mal so, damit wir uns ein bisschen wehren können, wenigstens. Ah, wo war er denn? Wo war er denn hier? Ah, hier. Guck mal. Zack. Wir fern die noch nicht weg. Ist doch wichtig. Wichtig. Ui. Okay. Ihr seid beide beschäftigt, das gefällt mir. Außer wir haben Schluck auf, toll. Hatte ich eigentlich schon mal bei einer Aufnahme Schluck auf? Jetzt rasten sie gleich alle aus, passt auf. Kann ich hier irgendwo durch. Ich glaube, wenn ich schnell genug bin... Lauf! Weg mit dir. Das Ding ist kaputt gegangen, weil ich zu viel geschlagen habe. Ich glaube es ja nicht. Okay. Ja, genau. Schön. Ihr seid also, die Wachen und das, was drin ist, ist es dann egal für euch. Zwei Reservemagazine. Oh nein, es sieht doch schon wieder nach Dinosaurier aus. Irgendeine andere Kacke. Ihr hättet doch schon lange nicht mehr die Raupen gehabt, ne? Boah, das ist zu weitläufig. Ich will mir hier so ein Fett nehmen, da hab ich ne Keule. Nein, leider nicht. Schade, schade. Ich hab auch keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Das ist zwar sehr lineal, das Spiel. Und der Ubisoft hat das so aussehen lassen, als wäre es nicht linear. Ist es aber. Ne, ist ja auch kein Problem. Weil das Schönste ist halt wirklich, dass es hier nonstop Action gibt. Aber wie gesagt, dadurch ist es halt recht anstrengend und eintönig vor allem. Aber auf jeden Fall nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, kannst du nicht so ganz entscheiden, wie er die Waffe jetzt halten soll? Das Kong! Und das N! Ist ja ein Penn. Geil. Ich will, ey, ich will jetzt nicht gegen den, ey, ich will jetzt ohne Scheiß, wenn ich gegen den kämpfen muss. Ne, ne! Nimm die Waffe weg. Pack die Waffe weg! Ja, willst du dich mal ansprechen, oder so? Das ist hier eins... Moment. Dieser Totenschädel hier, der sieht auch aus wie ein Affenschädel, finde ich, ne? Das ist jetzt die Überreste von Kongs Frau, oder so? Das ist wohl jetzt ein Ersatz, oder von seinen Artgenossen? Ja, aber was soll ich denn hier machen? Soll ich schießen, oder was? Ach, da! Boah, der rastet gleich so aus. Der rastet so aus gleich. Boah, ich glaube, ich gucke... Ich will mir nicht die Frau angucken. Ich gucke mir die mit den fetten, haarigen Affen an. Platsch! Kannst du sagen, ey, du bist so doof, Frau, ne? Wow, was ist das? Okay. Das war so klar. Wow! Boah, damit hab ich's überhaupt nicht gerechnet. Und ich hab wieder die Steuerung vergessen. Bin ich raubt! Okay. Ich krieg' den auch neben. Nicht mich an... Scheiße, du... Kacke seid ihr! Ich schmeiß' den Scheiße, ey! Oh. Immer schön... Diese schönen Eskalationslänge. Wir haben keinen... Jetzt hab' ich das Ding in der Hand. Muss ich den Ding ergreifen? Okay. Ach so, jetzt hab' ich irgendwie so'n Fatality. Aber schuld' ich ihn jetzt? Ja! Und wieder ne Powerbomb. Zumal ne Double Powerbomb, hab' ich gedacht. Bobs! Weg mit der Scheiße! Aber wo muss ich denn hin, überhaupt? Ist das hier so ne Survival-Route, oder was? Ich weiß auch nicht, ob die Sachen mir weh tun, ähm, während die quasi... Wow! Also, ob die mir jetzt wirklich weh tun, während die auf mir drauf sind, die Schlag. Aber sehr coole Animation auf jeden Fall. Ich hau' gleich, glaub' ich, auch zu sehen, meine Frau platt. Ah mein Gott, ne? Bisschen schmutz ist ja immer. Was muss ich denn tun? Ich bin mir selbst grad nicht so ganz sicher. Ich schätze mal nicht, dass es weitergehen soll, weil die Menschen sind ja noch hier. Ich mich anspring, nicht der Fette! Nein, ich bin tot, oder? Komm! Ich seh' nichts mehr, ich seh' nichts mehr. Okay. Bombs! Ah, vielleicht kann ich jetzt auch so kontern, stimmt! Wollte ja aber jetzt grad nicht machen. Ich seh' nichts. Achso, ich muss Kreis tun. Komm! Alter, ich seh' gar nichts. Ist jetzt wirklich gar nichts. Ist ja schrecklich. Ich hab' aber jemanden getroffen. Ist gut. Ähm. Was passiert? Achso. Ich versteh' jetzt grad' die Kamera. Hä? Äh. Sollte das jetzt so vielleicht heißen, wie die sind abgehauen? Ja, ich hab' das jetzt checkt. Hier lassen Sie!